Letzte Woche ausgelassen und da haben sie einfach 6 zu 0 gewonnen. Barcelona, die haben immer so ein Hoch und ein Tief. Manchmal verlieren sie oder lassen Punkte liegen, wo man denkt, da müssten sie doch eigentlich locker gewinnen. Und auf einmal gewinnen sie wieder 6 zu 0. Heute heißt es Barcelona gegen Leganes. 20.45 Uhr ist Anstoß. Orakel, ab geht's. Und damit wünsche ich euch recht herzlich willkommen hier zum nächsten Panini Liga Orakel. Am 23. Spieltag, 20.45 Uhr ist Anstoß. Am Sonntag heute Barcelona gegen Leganes. 4 Booster der Mega Quacks sind am Start. Mega Quacks könnt ihr euch kaufen. Es ist eine spanische Serie von Panini. Könnt ihr euch im deutschen Panini Onlineshop kaufen. Und ich fange an mit dem ersten Booster. Natürlich, Link zum Panini Onlineshop ist unten in der Videobeschreibung. Da haben wir hier den sehr schnellen Musonda. Ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, belgischer Herkunft. Steht das hinten drauf? Ja. Belgica. Belgica von Real Betis. Dann Lucas Perez von Deportivo. Nächste Powerkarte. Mega Wookie Mere. Warum sind hier alle Karten umgedeht? Castro. Castellano. Und Kayla Navas von Real. Zweiter Booster. Ja, hier eine Alaves Karte. Manu Garcia. Dormisi. Enrique Martin. Mega Wookie Jaume von Valencia. Iago Aspas ist ein Stürmer. Ist ein sehr guter Stürmer. Ist zur Zeit in Form. Also trifft wie am Schnürchen quasi. Und dann noch Sydney von Deportivo. Das heißt, nach der ersten Halbzeit steht es 0 zu 0. 45 Minuten sind gespielt. Und die nächsten 45 Minuten kommen jetzt. Garitano von Deportivo, der Trainer. Vitolo von Sevilla als Mega Hero. Raul Garcia. Oh, wer ist das hier? Dei Verson. Camacho. Und Rulli. Das gibt es doch gar nicht. Keine Alaves Karte gehabt. Ähm, keine Leganes Karte gehabt. Und keine Barca Karte bis dato. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Hier Tano. Und hier ist die erste. Asi Garitano als Trainer von Leganes. Das kann ich jetzt nicht glauben, Leute. Dass hier, äh, Leganes einfach in Führung geht. Gegen Barcelona. David Soria. Rachid. Laporte. Und Gimines. Das heißt, Barcelona verliert hier im Orakel. Das kann ich nicht glauben. Im Camp Nou. Ja, Leute. Ich denke mal, ihr tippt niemals auf Leganes. Wenn ja, seid ihr verrückt. Und wenn Leganes doch gewinnt, wäre es zu heftig. Barcelona darf einfach keine Punkte mehr liegen lassen. Das geht nicht. Die müssen jetzt einfach alles gewinnen. Und dann haben sie, denke ich mal, noch eine sehr gute Chance auf den Titel. Weil ich denke mal nicht, dass Real Madrid jetzt auch noch alles gewinnt. Auf jeden Fall war es jetzt hier mit dem Panini La Liga Orakel Barca gegen Leganes 0-1. Leganes gewinnt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüssü.